Das hatte ich auch noch nicht. Da habe ich gleich was zu tun. Hallo liebe Autofreunde. Ich wollte euch mal heute ein paar Impressionen zeigen hier von unserem Schnee im Osnabrücker Land. Es hat uns ganz schön erwischt über Nacht und ich habe jetzt einiges zu tun. Sonst komme ich gar nicht mehr an meine Garage. Ich zeige euch das mal. Die Haustür ist auch zu. Hier kommt man morgen mit dem Auto nicht durch, denn der Schnee liegt hier über einen Meter hoch. Die Straße ist überhaupt nicht befahrbar. Ich hoffe, da kommt noch ein Räumungsdienst. Ich weiß nicht, ob man das sieht von der Höhe her. Wir können es etwa an dem Zaun sehen. Darunter ist noch ein Stück Betonmauer. Ja, hier könnte man einen Tisch hinstellen und da hinten liegt alles einen Meter hoch. Bis vor die Fenster. Da habe ich jetzt ein bisschen was zu tun. Meine Vögel sind jetzt einigermaßen versorgt, aber die kommen kaum noch ins Futter. Das muss ich auch gerade mal freiräumen. Und jetzt geht es hier weiter. Ja, wenn wir morgen hier nochmal durchfahren wollen, wenn wir heute rauskommen wollen, dann wird es schwierig, weil hier kann man nicht durchfahren. Die Straße ist allerdings auch noch nicht geräumt. Ich hoffe, das wird noch passieren. So Leute, das waren ein paar kleine Eindrücke, ein paar kleine Impressionen. Von unserem Schneechaos hier im Februar 2021 habe ich es noch nicht erlebt. Aber so ein Fatsch ist jetzt keine Zeit mehr. Ich muss sehen, dass ich den Schnee wegkriege. Sonst schreit das schneller nach, dass man nicht wegkriegen kann. Also los. Wie sieht es denn bei euch so aus im Schnee? Also ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, euch mein kleines Video angesehen habt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Ricci on Tour. Ciao.